Der Start ist soeben erfolgt, über 10 Kilometer, A4-Runden, A4-Runden, A2,5 Kilometer. Wieder Kitzingen sehr stark vertreten. Nach 2,3 Kilometer kommt jetzt die Spitze, am Ende der ersten Runde. Auf Bernd, klasse! Die ersten Leute, die zweite Runde. Ein. Der Start begleitet ihn, wenn er heute spazieren geht. Die Diener schlechter als ihn, aber kein interessiert der Art. Wir gucken ja meist den letzten Termin, da kann die Zeit hier noch zurückdrehen. Christian kommt jetzt, auf Christian, hau nein! Klasse Christian! Ganz weit vorne dabei, super Christian, hau nein! Klasse! Auf Klaus! Super Klaus! Sau steuer Klaus, weiter so, auf! An dem bleibst du dran! Weiter so Klaus, super! So, die erste Runde haben sie ja hinten in sich, sind jetzt ab und weg in die zweite. Christian Scheidt kommt jeden Moment, kurz hinter ihm der Leo Podotzki. Auf Christian! Hau nein! Klasse Christian! Super, super Leo, super Jürgen, auf! Weiter so, klasse! Klasse! Auf Dieter! Auf Erwin! Klasse Dieter, Trini, klasse Erwin, super, weiter so, auf! Wenn ich mich nicht getäuscht hab, ist der Joost Julian Rumpf grad mitten im Fendt gewesen, standbar hat er nicht das verpasst. Auf Altenschönbach, auf! Alles! Klasse! Altenschönbach ist euch wieder mal stark vertreten. Applaus! Klasse! Auf Heides! Super! Klasse! Hau nein! Heide Podotzki von Viktoria Wombach, wie ein Mann überall bei Lauf-Events anzutreffen. Er ist schon gerade die 5 gelaufen, jetzt haut er noch mal bei den 10 rein. ein Jugendläufer. So, die Spitze kommt, Thomas C. Vor einem Kitzingerläufer, danach der Manuel Fössl und der Bernd Dannenbärcher. Super! Klasse Manuel! Super Bernd, auf! Haut rein! Sau stark, auf! Und hier ist eine Samba-Band an der Sprengen. So, da kommt der 5 platzierte. Und hier ist eine Samba-Band an der Sprengen. I'm just a sucker with no time I feel away Jos Julian Rupp arbeitet sich langsam nach vorne. Auf Jos Julian, lasse! Hat wirklich schon bei den Stadt verschlafen. Passiert halt auch mal ein erfahrener Läufer. Christian Schulz aus Leinach beendet gerade die dritte Runde. Ich habe selbst eine Runde nicht gelaufen. Von daher ist es circa neunter. Ich bin halt immer ins Gegenlicht, dass es nicht so toll ist. Aber ich habe fast keine Möglichkeit. Thomas C mit der Nummer 38 läuft ins Ziel ein. Auf Manuel! Glückwunsch an unser Ziel. Auf Manuel! Hau mal rein Manuel! Auf! Lasse Manuel! Super! Saustag! Manuel Schlösel als Zweiter. Wie Nummer war das? Lasse! Und als dritter war der DG Kitzingen. Lauf dem DG Kitzingen. Nächster. Auffahren! Dornberger als Echte in Sicht. Auf! Mit der Nummer 51. Lasse Bärm! Auffahren! Super! Dornberger SV Altenschönbach. Vorsicht! 71. Das ist der Ralf Schmidt. Von DLV LD Eichelzell. Mit der Startnummer 43. Walger Dödl. S.B. Uttelheim. Die Zeit 36 Minuten. Und etwa 40 Sekunden. Und noch einer. Wer ganz nah am Ziel ist. Noch ein Kitzinger. Der Tag Nummer 17. Das ist Stefanie Küppel. TG Kitzingen. Lauf dem DG Kitzingen. Zeit nach 37 Minuten. Ja, der erste war etwa bei 34 Minuten. Das Vorjahrsergebnis ist nicht ganz erreicht. Jost Julian Rumpf. Stattmarathon Würzburg. Hat sicherlich den Stattpapa. Der Jost Julian. Kann er sonst nicht sein. Klasse. Super. Im Zustrieb mit der Nummer 47. Ist Johannes Ahrens. Schatzburg Fricksenstadt. Brauestarke Leistung. Klasse. Gefolgt von Nummer 13. Roma Steinhauser. Ebenfalls Stadtflut. Fricksenstadt. Die Zeit 38 Minuten. Und ca. 30 Sekunden. Klasse. Christian Schulz kommt. Auf Christian! Super! Klasse Christian! Brauestarke. Super Leistung von Christian. er wieder machen. Christian Kirch kommt ins Ziel. Langsam füllt sich der Zielraum. Klaus Henkelmann kommt nicht zum Ziel. Auch in einer sehr guten Zeit. Knapp 40-30. Klaus Henkelmann. Auf Klaus. Klasse Klaus. Super. Auf. Klaus stark. Klaus stark. Ehrlich, nochmal einen schönen Schlussbeweg. Klaus stark. Aber stopp direkt an der Ziellinie ab. Klasse. Kommt ins Ziel. Florian König, TG Gipsingen-Laufgib. Nummer 37. Wilhelm Hasler, TSV Burghasler. Gefolgt von Wolfgang Schweiger, TSV Hixheim. Ihr seid hier. Orientierung 41 Minuten und ca. 30 Sekunden. Christian liefert sich den Flussspurt. Auf Christian. Das ist Christian Scheif. Auf Christian. Klasse Christian. Super. Auf. Saustark Christian. Klasse. Klasse Christian. Klasse. Klasse Christian. Klasse Christian. Katrin Deutsch. Klasse Christian. Klasse Christian. Klasse Christian. Vielen Dank.